Inflation bleibt stabil. Verbraucherpreise sinken leicht. In einer aktuellen Analyse der wirtschaftlichen Lage zeigen die neuesten Daten, dass die Inflation in Deutschland stabil bleibt. Dem Bericht zufolge kam es zu einem leichten Rückgang der Verbraucherpreise, was auf eine mögliche Entspannung in den Märkten hindeutet. Experten interpretieren diese Entwicklung als positive Nachricht für die Verbraucher, die in den letzten Monaten unter steigenden Preisen gelitten haben. Der Rückgang der Verbraucherpreise wurde von den statistischen Ämtern bestätigt. Im Vergleich zum vorherigen Monat ist der Index der Verbraucherpreise, der die Preisentwicklung repräsentiert, um 0,2 Prozent gesunken. Diese Veränderung ist bemerkenswert, da sie in Zeiten von Versorgungskrisen und geopolitischen Spannungen erfolgt. Analysten führen diesen Rückgang auf verschiedene Faktoren zurück, unter anderem auf eine Stabilisierung der Lieferketten und eine allgemeine Nachfrageanpassung. Ein führender Wirtschaftsexperte kommentierte, dass die Stabilität der Inflation darauf hindeute, dass die ersten Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Teuerung Wirkung zeigen. Zudem wurde festgehalten, dass die Zentralbank weiterhin eine vorsichtige Geldpolitik verfolgen wird. Um das Wirtschaftswachstum zu fördern, ohne die Inflation unnötig anzuheizen. In einer Zeit, in der viele Länder mit steigenden Lebenshaltungskosten kämpfen, wird dies als entscheidender Schritt zur Stärkung der Wirtschaft gesehen. Die Verbraucherausgaben zeigen ebenfalls Anzeichen von Stabilität. Viele Haushalte scheinen sich an die veränderten Preisbedingungen anzupassen, was zu einer allmählichen Erholung der Wirtschaft beitragen könnte. Eine Verbraucherumfrage ergab, dass trotz der moderaten Preissteigerungen die Mehrheit der Befragten optimistisch ist, was ihre finanzielle Situation betrifft. Dies könnte eine wichtige Signalwirkung für die künftige wirtschaftliche Entwicklung haben. In den kommenden Monaten wird erwartet, dass die Dynamik der Preise weiterhin im Fokus der politischen Debatten bleibt. Ökonomen warnen jedoch davor, voreilige Schlüsse aus aktuellen Entwicklungen zu ziehen. Sie glauben, dass die Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft weiterhin Herausforderungen mit sich bringen könnten. Daher sei es wichtig, die Situation genau zu beobachten. Abschließend lässt sich festhalten, dass der Rückgang der Verbraucherpreise zwar einen positiven Trend darstellt, die langfristigen Auswirkungen und die Stabilität der Inflation jedoch weiterhin im Auge behalten werden müssen. Autor Anita Farke, Sonntag, Oktober 24.